Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier, dem zweiten Part der Motali-Schlacht. Heute geht es um die zwei bzw. drei Meerschlagbomben, also Berage Shades genannt, die meistens mehrfach explodieren und dann in den einzelnen Explosionen noch mehrere Explosionen stecken. Quasi ihr müsst euch das vorstellen, jeder Motali, so nennt man sie vor Ort, Motali heißt Todesflügel, besteht meistens aus drei Kammern. Jede der drei Kammern hat mehrere Kreise aus Insatz, also kleinen Flashes, die dann am Himmel nochmal explodieren. Und der dritte Schlag hat dann in dem Sinne einen Endschlag noch mit in sich verbaut. So, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei den drei Motalis und lasst mir nur Bewertungen und vielleicht ein Abo da. Entschlag, ist es so? Versuch uns die Dich-Güßung, also hier, in diesem Video. Und das ist es so? Ja, das ist so? Ja, das ist so. Ja, das ist so, ich bin. Ja, das ist so. Das ist so, ich bin. Da, 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 da. Da, da. Das ist so, ich bin. Das war's für heute. Ja, 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 ja. Das ist eine große Herausforderung. Jo, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dann.